Wir kommen noch zu einem weiteren Spiel in der Klicker und Idle Game Serie. Das hier richtet sich wahrscheinlich eher in die Richtung Idle Games und stammt von den gleichen Machern wie Adventure Communist und Adventure Capitalist, also von Hyper Hippo Games. Das Spiel selber befindet sich auch aktuell im Early Access und ja, mal schauen, wie es sich aktuell schon spielt und welche Mechaniken bereits drin sind und was ich sonst so hier anstellen soll. Also, was soll ich tun? You must be the new Gild owner. Okay, also ich bin der neue Besitzer der Gilde und ich habe meine erste Insel bekommen. Okay, du hilfst mir damit, mein was auch immer alles aufzubauen, blablabla. Let's get your building quest for your gildians. Also, damit die Leute was zu tun haben, soll ich für die letztlich Quests erstellen. So, dann erstelle ich als erstes, dass sie den Wald untersuchen sollen. Adventure Quests are safe in that they don't cause damage. Okay, also sie können keinen Schaden erleiden. Oder mehr Gold, als wenn sie gar nichts, mehr Gold als Experience Points. Okay. And Battle Quests are dangerous because they will do damage. So, das dürfte wohl das Face to the Bandit sein. Und ich bekomme weniger Geld. Okay. Warum lohnt sich das denn? Also, hier steht im Moment, dass ich auch noch einen Experience Point bekomme. Also, das sieht noch nicht so aus. Aber gut. Also, erstmal exploren. Explore the woods. So, damit haben sie jetzt irgendwie angefangen. Und soll ich jetzt erstmal zumachen? Gut. And now your guardians will start working through this quest. Gut. Keep going and I will see at the end of this island, which will be your first boss encounter. 1000 habe ich jetzt schon. Oh, Level 2. Meine Guardians sind aufgestiegen. Guardian List. Explorer. Hit Points 23, Attack 3, Defense 1, Exploration 7. Are you sure you want to remove the Sky Tower? Nee, will ich nicht. Upgrade. Spawn Time Minimum 1. Minimum 10. Max... Achso, maximale Anzahl und... Gut. Fully Upgrade. Da kann ich nicht mehr machen. Ist auch fully upgrade. Gut. Da kann ich nichts weiter machen. So, meine Quest kann ich die noch... Ah, was ist das hier unten? Auch irgendein Fortschritt. So. In-Game Käufe gibt es aktuell auch noch nicht. Hier kann ich nirgendwo draufklicken. Kann ich nur speichern lassen. Cloud Save. So, dann also die nächste. Search the Camp. Gib mehr Gold. Defend the Camp. Okay, also ich kann auf das Ding zwar nicht draufklicken. Aber wenn ich hier draufgehe, kann ich zurücklaufen. Explore the Woods. Und... Kann ich bis Level 10 upgraden. Max Level reached. Are you sure to want to destroy this quest? No. Da könnte ich aber dann... Doch, machen wir die mal kaputt und machen der Brave Hounded Wood, weil immerhin bringt es mehr Kohle. Und dann sollen sie da drin mal rumexploren. Und dann sollen sie da drin mal rumexploren. Gibt zwar auch noch ein XP. Ah, hier wäre es vielleicht noch ganz interessant, hier unten mal zu sehen, wie viel XP ich aktuell habe. Aber gut. Und wissenschaftliche Notation kann ich auch nicht einstellen. Quest Level 10. Dann machen wir hier jetzt die nächste. Machen wir erst mal eine Search Quest noch, damit sie nicht zu viele Probleme kriegen. Okay, jetzt gibt es auf jeden Fall einen Kampf. Da gibt es jetzt nicht mehr einfach nur Kohle zu verdienen. Save the Mersons. 23 Lebenspunkte. So viel haben sie doch gerade mal, oder? Ja, 23 Hitpoints. Das heißt, die dürften ja dabei draufgehen. No. Upgrade gibt es auch keinen Zweiten. Hm. Mit der Troll-Attacke. Achso, nee, warte mal. Das sind die Lebenspunkte von dem. Guardians Damage Level 3. Das heißt, das sind eher die Lebenspunkte von dem Typen selber. Okay, die sind fast draufgegangen. Die armen Kerle. Aber die Quest braucht eine ganze Weile, um sich zu regenerieren. Das heißt, bis dahin passiert dann einfach nichts. Und, kann ich die jetzt weiter upgraden? Nee, kann ich auch nicht upgraden. Hm. Okay, die Quest ist wieder bereit. Oh. So viele. Werden das jedes Mal mehr? Na ja, dann mal auf zur nächsten. Oh, da kann ich wieder einfach nur Kohle verdienen. Scout out the Trollcamp. Die gibt es auf jeden Fall auch ordentlich Experience für. Und ich kann das Ding endlich mal ein bisschen Kohle raushauen. Die ist auf jeden Fall immer gleich wieder verfügbar. Okay, aber der braucht eine Weile, bis er den eingesammelt hat. Hey, die Quest ist bereit. Warum tut er nichts? Defeat the Boss Troll. 10 Damage. Dafür gibt es 100 Schatzkisten. Oh, da kriege ich gleich 3 Errungenschaften freigeschaltet. 4 Stunden. Was, der ist nur einmal alle 4 Stunden verfügbar, oder was? Und dafür bringt er meine Leute auch ziemlich flott um. Oder ist es die Zeit, wann das Ding zurückgesetzt wird? Naja, da solltet ihr schon mit mehr Leuten angreifen. Aber ich kann die Leute nicht steuern. You did it. I knew you could. This boss was holding a key. That will unlock the next Eastland. Okay, also ich bekomme die nächste Insel. Und ich sollte mir anschauen, was die Kisten getroppt haben. The key to Emerald Eastland. Explorer. Good at adventures and not much else. Good at fighting. Bonus damage against Bosses. Valut. Juhu. Eine Bunny kommen. Kiste. So, ich bin jetzt Level 10. 2.500 Experience. Ach, deswegen bin ich gleich ein paar Level aufgestiegen. Explore Adventures plus 20. Boost all. Explorers Adventure stat plus 20. Don't forget to equip your cards. Ah ja. Also Level 5 bin ich jetzt. Und ich habe meine erste Karte bekommen, die ich jetzt auch irgendwie verwenden soll. Also. Also. Uh. Naja. Die Oberfläche, dieses ganze Layout, das gefällt mir nicht so sehr. Also Guardians. Explorer Adventures. So. Damit habe ich jetzt einen Bonus für Emerald Eastland. Und like when you build a quest on the Emerald Eastland. Na gut. Now let me introduce you next Eastland. Aha. Okay. Da gibt es also noch eine ganze Menge. Und die anderen sind aktuell noch nicht verfügbar. Und da ist jetzt der Shop. Super. Starter Bundle. 100 Gems. 1 Euro. Äh. 1 Dollar. Starter Bundle. Civilian Chest. Cards. But. Generate more XP per quest than on. Okay. Don't forget to equip your card. Habe ich das schon. Also. Map 2. 2 Städte. 6 Guildhalls. 16 Quests. Und 2 Bossen. Now we are talking. You know. How quests works. But this time you will have to equip your own Guildhalls. Na dann. Also erstmal die Explorer. Die jetzt mehr Exploration Points haben. And now you have got a Guildhall. Gut. Den kann ich jetzt wieder upgraden. Ist aber ganz schön teuer geworden. That's pretty much all I have to teach you for now. Keep building quests and collecting Guildhalls. Also. Ich soll denen die Aufgaben machen. Also. Als erstes. Kohle. Hier kann ich jetzt schon bis Level 50 upgraden. Also das wird schon um einiges höher. Und. Dann kann ich ja nochmal transmute. Was ist das denn? Coming soon. Okay. We are currently keeping track of all the duplicate cards you collect behind the scenes. In the future we will let do something to it. Na gut. Mal gucken was sie sich da ausdenken. So. Valued equipped save shop settings news. 31. Januar. Drop cost of spawn time of squad guardians. Okay. Ich bin wieder in Level aufgestiegen. Kisten habe ich jetzt keine. Die warten drauf, dass sie die nächsten Quests bekommen. Erstmal die Quests hier upgraden. Damit da mehr Kohle rausspringt. Und euch upgraden. Na. Kann ich mir noch nicht leisten. Ich sollte mir vielleicht schon mal die Fighter irgendwie reinholen. Upgrade. Ne. Moment. Moment. Okay. Aber ich kann maximal die zwei aktuell bauen. Obwohl ich eigentlich drei Slots habe. Map. Karte wechseln. Kann ich jetzt. Ne. Da habe ich eh 0,0. Das heißt ich könnte sowieso nichts anderes bauen. Und upgraden kann ich hier auch nichts. So. Die waren alle schon auf dem Maximum. Aber dann könnte ich denen das nochmal abreißen. Ah. Ich muss da oben hin klicken, um die abzureißen. Yes. Und dann macht mir doch hier mal lieber ein bisschen mehr Experience. Hier gab es doch bestimmt auch was besseres. Fünf Experience. Vierzehn. Also machen wir einfach mal die schwereren Quests. Dann sich doch mal mit den ordentlichen Bossen anlegen. So. Und hier hatte ich glaube ich eh schon das Maximum. Ne. Auch Ambush ist das Maximum. So. Und hier gibt es Scouted Trollcamp. Okay. Da gibt es nur Money. Gut. Da muss ich jetzt erstmal wieder warten. Kommt schon Leute. Und das ist erst wieder in... Das kann ich auch nicht mehr abreißen. Aber erst wieder in drei Stunden verfügbar. So. So. Ein Level noch. Gut. Dann ist hier auf jeden Fall jetzt alles dafür getan, dass ich hier maximale Experience absahne. Also zurück zur nächsten Karte, weil hier kann ich eh nichts mehr machen. So. Die sind sowieso immer gleich wieder verfügbar. 85. So. Was kann ich hier machen? Also erstmal noch alles auf Kohle gehen. Damit die da mehr einsammeln. Okay. Hier gibt es jetzt schon keine mehr. Hier kann ich nur kämpfen. Upgrades 600, 650. Upgrades 850. Gut. Geschleunigen kann ich hier wahrscheinlich selber nicht viel. Also dass ich schaue, dass ich die hier so schnell wie möglich upgrade. 113. Ihr habt hier zu viel oder zu wenig zu tun. Das sind zwei von vier aktuell. Das heißt hier brauche ich auf jeden Fall mehr Max Guardians. Spawn Time. Minimum ist eins. Aktuell ist 29 Sekunden bis die spawnen. Ach so. Maximum ist zwölf. Aber ich habe aktuell nur zwei. Okay. Also drei davon. Das heißt hier geht es einfach darum, die Anzahl tatsächlich so schnell wie möglich hochzubekommen. Damit natürlich mehr von denen unterwegs sind. Und Spawn Time heißt wahrscheinlich, dass sie so lange brauchen, bis sie dann mal wieder unterwegs sind. Und die Quests erneuern sich viel zu langsam. Nee, Quatsch. Das ist nur so lange brauchen die, bis sie die erledigt haben. Die Quests sind sofort wieder verfügbar. Ich frage mich ja, was das hier zu bedeuten hat, wenn ich hier gar keinen weiteren Slot vergeben kann. Wahrscheinlich funktioniert das erst, wenn ich die nächste Insel freigeschaltet habe. Mit einem von den beiden Bossen. Ach, hier habe ich noch eine zweite Guild Hall. Da kann ich aber auch keine hinsetzen. Naja, machen wir erstmal die erste Questlinie fertig. 19 Experience. Dann machen wir gleich mal das Maximum an die Experience rein. Und machen es denen auch nicht zu leicht. Wenn der Tod umfällt, dann braucht es wahrscheinlich entsprechend neue. Aber die zwei haben wir jetzt dann überlebt. So, hier gibt es wieder Kohle. Oder Kampf. Der braucht im Moment 50 Sekunden, um aktiviert zu werden. Also, okay, also hier ist auch inzwischen, dass ich nicht beliebig weitergehen kann. Oh, er hat eine Kesschess gefunden. Dass letztlich die Quest vorher ein bestimmtes Mindestlevel erreicht haben muss, bevor ich dort dann weiter im Progress eben zum Boss gehen kann. Insofern sind da ein paar... Ah ja, you must have Quest 2 at Level 50, Quest 4 at Level 30 und Quest 6 at Level 25. Also, der da muss auf 25, der auf 30 und 2 auf 50. Also, ja, da sind einige Einschränkungen. Und der Quest-Note kann auch erst geöffnet werden. Das heißt, ich hätte gar nicht auf dem anderen anfangen können. Sondern ich muss zwingend eigentlich die erste Quest-Reihe fertig machen. Und dann erst die zweite Reihe anfangen. So, inzwischen bin ich also auf Level 7 und schon auf Level 8. So, jetzt werde ich mir mal noch die eine Kiste angucken. Mal gucken, was da drin steckt. Scheint eine größere Kiste zu sein. Eher so eine Art Juwel in Kiste oder sowas. Uh, dam, 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 dam. Also, zwei Karten. Zwölfte Quest-Gold in vierfach. Und siebzehnte Quest-Gold in zehnfach. Dann natürlich eine ganze Menge Kohle und Experience. Don't forget to equip your cards. Okay, und schon bin ich auf Level 11. Dann werde ich jetzt aber erst mal meine Leute hier ein bisschen besser ausrüsten. Dass ich hier natürlich ordentlich Leute in den Kampf schicken kann. Und dass sie zügig unterwegs sind. Also, hier die nächsten auch bis zwölf. Und hoffentlich bis eins runter. Ja, das hat ja gerade so gereicht. So, dann jetzt hier natürlich die Quest maximieren. So, Level 50 klappt. Hier ebenfalls. Wobei ich mir noch überlegen muss, ob ich die dann später eventuell doch nochmal abreißen muss. Aber am besten ich lasse die erstmal laufen, weil so viel Optimierung lohnt sich dann wahrscheinlich am Ende doch nicht. So, hier sollte ich die andere Quest bis Level 15 bringen. Das dauert noch ein bisschen. Also, jedes Mal, wenn ihr die erledigt, gibt es jetzt 284. Das dauert erstaunlich lange. Das heißt, das ist irgendwie so ein Sekundenintervall. Das heißt, egal wie viele da drin sind. Ne, wir schaffen es nicht mit einem Anhieb oder auf Anhieb die wirklich zu erledigen. Und so lange die Quest da noch nicht bereit sind, laufen sie halt einfach drüber. Zumindest mit den 50 Sekunden. Das heißt, es geht... Achso, es geht nicht jedes Mal eine Sekunde runter. Das heißt, es geht nicht so weit, dass die dann auch ständig irgendwie aufpropfen. Mal gucken. Hier geht es runter. Hier geht es immer wieder eine Sekunde runter. So, die waren jetzt alle auf Max. Da kann ich eh nichts mehr anstellen. Eigentlich ist das einfache, weil man einfach hier oben irgendwie auf Plus klicken kann, damit sich die da aktualisieren und weiter aufleveln lassen. So, hier muss ich auf jeden Fall noch auf Level 15 kommen. Achso, richtig. So, ja, noch meine Karten... Ne, nicht die, sondern meine Karten ausrüsten. Quests. Emerald Island. So, für den Erste kann ich das nicht ausrüsten. Das heißt, die zwölfte Quest bekommt vierfaches Gold und die siebzehnte Quest zehnfaches Gold. Gut, die Frage ist jetzt nur jedes Mal, wenn sie die erledigen oder tatsächlich Nummer 12. Also, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. Ne, das kann ja dann eigentlich nicht hinkommen. Also, zumindest gibt es hier nicht genug Quests, um eine siebzehnte Quest wirklich mit zehnfachem Gold zu machen. Hier kann ich für eine Store-Chest... Das heißt aber, ich sollte wahrscheinlich besser auf die hier sparen. Ja, ist das jetzt nur eine Karte oder ist das tatsächlich noch eine andere Guild-Form? Das heißt, eine von denen hier. Okay, Zeit mal hier, die fünfzehnte Level zu erreichen. So, jetzt kann ich den freischalten. Gut, dann machen wir hier jetzt auch gleich, dass die XP maximiert wird. Und mal schauen, was ich hierfür brauche. Level 25. Okay, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Also, so wie es im Moment aussieht, ist es, glaube ich, doch keine so gute Idee, die Kampf-Quest hier auf Level 50 zu bringen, während ich hier meine Leute überhaupt nicht weiter upgraden kann oder irgendwas anstellen kann, damit die mehr Schaden anrichten. Dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, für die einen eine Exploration-Linie zu machen und für die anderen eine Kampf-Linie. Das bringt mir eigentlich ziemlich wenig, wenn die Explorer letztlich spätestens hier bei den Geistern alle draufgehen. Weil dann habe ich ja auch keine Experience, die ich dazu bekomme. Das heißt, in der Hinsicht wäre es wohl sinnvoller, die schwächsten Kampf-Quests zu aktivieren, damit die auf jeden Fall gut durchkommen und absolviert werden können und wahrscheinlich auch gut zurückgesetzt werden. Da gilt es einfach noch ein bisschen auszuprobieren und ein bisschen auszutarieren, wie denn jetzt wirklich die Game-Mechanik am sinnvollsten zu nutzen ist. Klar, das heißt, hier, wo sowieso bloß Geld-Quests möglich waren, war das jetzt kein Problem, einfach die teuerste Geld-Quest zu nehmen, damit die langfristig dann auch genug abwirft. Aber hier ist es im Moment dann so, dass es doch... Gut, die sind ja zum Glück noch ziemlich niedrig aufgelevelt. Aber da ich die ja auch mindestens bis 25 bekommen muss, um weiterzukommen, ich glaube, da werde ich die ja jetzt nochmal abreißen und stattdessen den niedrigen Encounter benutzen. Es sieht zumindest schon mal deutlich besser aus, dass sie den Encounter ganz gut überstehen, auch wenn jetzt noch drei Level vom Maximum entfernt ist. Weil letztlich bringt es halt nichts, seine eigenen Kämpfer da zu überfordern, weil dann könnte sie mir auch keine Experience liefern. Okay, die Explorer sind jetzt doch schon wieder alle draufgegangen. Das heißt, ohne Kämpfer haben die Explorer da ohnehin keine großen Chancen. Aber wenn sie alle zusammen angreifen, dann geht das schon. So, Max-Level ist wieder erreicht. So, aber an der Stelle werde ich es jetzt auch bewenden lassen, weil es mir jetzt an der Stelle doch ein bisschen zu lange dauert, bis ich den hier jetzt auf Level 25 gegreindet habe, damit ich dann tatsächlich hier bis zum Boss durchgehen kann, wo ich wahrscheinlich dann auch wieder eine Kiste bekomme. Und ja, es bleibt noch ein bisschen abzuwarten, wie genau diese Spielmechaniken sich dann ergänzen und inwieweit das dann auch motivierend ist. Die Grafik ist für mich jetzt nicht so ganz ansprechend. Das ist jetzt nicht so ein Stil, in dem ich gerne spiele. Also mal sehen, wie sich das Spiel weiterentwickelt und wie weit es dann motivierend ist, hier regelmäßig einzukehren, die Questlinien abzugraben und dann nach und nach die anderen Inseln zu besiedeln, weil auf jeden Fall sind hier schon noch eine ganze Menge vorgesehen und einige weitere mit Sicherheit in Planung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!